ja leute folge ist in der haus okay die heutige folge besteht aus daran dass ich euch zeigen möchte dass hypnose ernsthaft funktioniert das ist wirklich jetzt kein witz oder sowas ich werde euch jetzt einfach hypnotisieren und genau deswegen bitte ich euch soll ich einfach wirklich zu entspannen dieses video dauern ihr müsst euch ganz genau auf meine augen hier konzentrieren es sonst funktioniert das leider nicht also ich bitte euch wirklich darum einfach ganz gemütlich urex durch den weg durch die möglichkeit hat sie durch kopfhörer an meine wunderschönen stimme zu lauschen und achtet auf meine augen und nach fünf minuten werdet ihr wirklich sehr überrascht sein was ich mit eurem geist überhaupt gemacht habe okay wir fangen jetzt einfach an gell konzentriert euch immer wieder entspannt Die Leid ist wachbar. Ich fühle mich auf meine Augen. Ich fühle mich auf meine Augen. Ich fühle mich auf meine Augen. Und das ist dann dieser absolute Rebellion. Es ist mir gar nicht so lieb in die Allgemeine, denn es ist alles in den Kapitalen. Genau.